Und jetzt war es zu Burnout. Die drehen ja alle durch, wa? Naja, pass auf. Burnout. Ihre Arbeit ist uns wichtig, meinte man zu Fritzchen tüchtig, als der neulich ganz offenbar dem Burnout ziemlich nah war. Für Arbeit brannte Fritz wie Feuer. Nichts war wichtiger und teuer. Mit Arbeit hatte er Nächte verbracht und morgens stets auch wieder gelacht. Es ging ihm nicht um Geld und Ruhm. Er wollte nur was Richtiges tun. Nur eines hatte er vergessen und das klingt vielleicht jetzt vermessen. Worauf kommt es denn wirklich an bei diesem endlosen Wachstumswahn? Immer mehr von mir drunter Ruhm, ohne auch mal auszuruhen. In Mäuschen lief des Nachts vorbei, rief Fritzchen tüchtig, Ei, 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 Fritzchen, geh in dich, bleibe schlank, dann wirst du auch nicht Burnout krank. Lass den Wahnsinn und Konsum, Gemach, Gemach beim Richtigen tun, das Richtige zur richten Zeit, das bringt dich dann auch ziemlich weit. Der Fritz, der lehnte sich zurück, dachte nach darüber ein Stück, dankte höflich noch der Maus und schaltete sein Licht dann aus. Tschü!